Untertitelung des ZDF, 2020 und bekannt geworden dadurch, dass ich von Anfang an bei der Taz dabei bin. Mein Name ist Beate Seel, also bis zum Sommer letzten Jahres habe ich in der Taz gearbeitet, und zwar seit dem 01.04.1980. Da kommt mein Kumpel. Hallo Horst. Hallo Georg. Marathon von, das ist ja hochinteressant. Wir haben ja sehr viele, auch sehr engagierte und langjährige Genossinnen und Genossen. Und da ist die Idee entstanden, also für diejenigen, die seit 40 Jahren bei der Taz arbeiten, so eine Art Einmalspende zu machen und dafür Geld zu sammeln. Wir beide bekommen zum Beispiel 800 und ein paar zerdrückte Algo Rente. Der Hintergrund davon ist, dass wir am Anfang wirklich extrem wenig verdient haben. Und das ist jetzt so eine Art Ausgleich dafür gedacht. Ich habe das Gefühl, ich habe alles, was ich brauche zum Leben. Ich komme auch mit dem Geld, komme ich gut zu Rande. Aber alles das wäre hoffertig und hochmütig, wenn man sagen würde, das brauche ich nicht. Also ich male gerne und zwar in Öl und war gerade in der libadensischen Hauptstadt Bayruth und habe hinterher ein ziemlich großes Bild von Bayruth gemalt und hatte dann die Idee, daraus eine Serie zu machen. Das Wichtigste für mich ist, dass ich mir vernünftiges Essen einkaufen kann. Und dann würde ich gerne nochmal nach Elisabon fahren. Da war ich letztes Jahr, das hat mir sehr gut gefallen und das also quasi auch in diese Serie mit reinnehmen. Und dazu muss ich da aber jetzt nochmal hinfahren. Und das ist natürlich auch schön, wenn man ein bisschen Geld zur Verfügung hat. Und das ist natürlich auch schön, wenn man ein bisschen Geld zur Verfügung hat.